Ja, liebe Leute, im November 2013 sind wir mal wieder in Wien im Tonstudio gewesen. Wir waren wieder bei Andi Wingert im Tonstudio und haben gemeinsam mit tollen Musikern wie Tom Müller, Stefan Gößinger und Martin Grünzweig jede Menge toller R'n'B-Songs aufgenommen. Und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß daran habt, wie wir es gehabt haben, dieses Zeug aufzunehmen. Ich hatte schon im Vorfeld irgendwie ein gutes Gefühl, als wir uns auf die Platte vorbereitet haben. Haben mal wieder 18 eigene Songs geschrieben. Merkmal dieser Platte ist, dass sie im Wesentlichen ein klein bisschen mehr zurück zum guten alten Rhythm & Blues geht, aber natürlich auch diese Soul-Komponente wenig ganz außer Acht lassen konnten. Es gibt ein bisschen T-Ball-Walker und Fifty-Style-Blues. Wir haben einige coole Grooves gemischt mit geilen Melodien und abgefahrenen Wendungen in den Stücken, schon wieder ganz neue Sachen kreiert. Wir versuchen natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, viele Sachen anzubieten. Von daher denke ich mal, dass es eine sehr gute Mischung aus allen Dingen, was wir so mittlerweile auch live spielen, versuchen auf so einer Platte zu vereinigen. Ich spiele ja in den 70er Jahren Gretsch-Schlagzeug und schöne Jazzbacken dazu und eine ganz wunderbare Snare, die mir der Udo Massow in Berlin gebaut hat für mich. Mundharmonika-Technisch ist diese Platte wieder so ein klein wenig mehr zurück zum guten alten Blues. Ich werde auch ein bisschen chromatisch spielen, normale diatonische Harp in verschiedensten Positionen. Sollte für jeden was dabei sein. Ich spiele die ganze Zeit über einen Verstärker, habe irgendwie drei verschiedene Gitarren am Start. Diesmal gibt es auch ein bisschen Telecaster und Stratocaster, was man von mir ja nicht so gewohnt ist. Ich bin ja mehr auf Gipsen zu Hause. Also ich stehe natürlich drauf, Naturinstrumente zu spielen, so wie den Flügel, den Ani Dingert in seinem Studio hat. Oder natürlich auch meine Hammond B3, die ich da ausbauen konnte. Ich finde, es gibt einer Platte nochmal so den richtigen Flair, mit wirklich auf richtigen Instrumenten zu spielen, dass ein Deck mal für diese Musik unerlässlich ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020